hallo und herzlich willkommen zu einem neuen let's play namens the cave mit dabei ist wieder der hallo zusammen so wir wuseln uns jetzt hier ein wenig durch weil ich habe gerade eben schon gemerkt dass mein kontrolle aber hauptsächlich angenommen wird und jetzt auf einmal wird er angenommen ok welcome don't let my soul tree in mysterious voice startle you for hundreds thousand ne 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 tens of thousands of years people have come to me in search of what they desire most few find what they are looking for even fewer ever leave welcome to the cave that's me the cave yes yes i'm a talking cave don't laugh it makes dating hell besides i have a really interesting story to tell you this evening so pay attention it's story of seven people and a glimpse into a dark place in each of their hearts but be careful before you judge there is a dark place in your heart as well someday you will find yourself descending my depths in search of what you desire and you might not like what you find either but enough about you this is about them so it's fine night he searches for his true love but does desire burn to brightly in his heart okay kann man irgendwie wechseln also ich habe jetzt gedrückt auf a come on drück mal a so links mit mir she is on the cusp of a great discovery for all of humankind and a hundred million lives hang in the balance okay hmm the adventurer she is hot on the trail of her lost companions and unequaled ancient treasure but not necessarily in that order the twins they just want to go outside and play what could be more innocent than that a little bit leiser i will hear what he says the monk he seeks his master so he can become the master it's a journey filled with peace and enlightenment then murder i'm sorry welchen tief gefällt mir ich glaub den mönch nehme ich warte mal he is on a quest for a sword of unequal power and prestige but will he find it before anyone else gets hurt okay also ich würde jetzt den mönch nehmen jetzt muss man dazu sagen wir haben vorher natürlich schon mal kurz geguckt ob das auch guck mal kurz geguckt ob das überhaupt funktioniert mit dem äh zusammenspielen wo wir drauf drücken müssen und so weiter und da sind wir genau bis in diesem menü hier gelandet und ich muss dazu sagen der epi hat nicht die zeitreisenden genommen deswegen ist er wahrscheinlich dauernd hier irgendwelche sachen am drücken wie machst du das denn mit diesen teleportieren oder was der da macht äh mit y und in die richtung wo ich ah was macht ttp der hat so gelbe augen ja und der macht so lila so lila kreis um sich okay wo bist du denn jetzt äh drüber was denn da das musst du mal nehmen ich kann nix nehmen ich bin ein alien mit a mit x okay wie du bist ein alien ja ich bin ein alien schau dich gleich achso das war ich gar nicht ja sicher bin ich ein alien die zeitreisende bin ich nein ich bin ein zeitreisender kann ich damit nicht hauen irgendwie oh okay also fallen lassen kann ich es auf jeden fall schon mal aber hauen kann ich nicht ähm können wir hier weiter ah ja da brecheisen äh ah okay das ist aber blöd wenn er das nicht anzeigt hier ich komm nicht da durch achso kannst du da nicht einfach dich teleportieren ne geht nicht also durch warte mal äh weiter wenn ich auf weiter geh oh wir können noch einen dritten mitnehmen ja dann nimm doch mal ähm sehr hilflich achso ich kann damit kann ich was kann der eigentlich guck mal was er kann äh der kann stinken ja entweder das oder ah ne der kann die luft anhalten oder sowas kann er die luft anhalten oder ist das ja das sieht aus wie so eine seifenblase irgendwie mhm soll ich den mal mitnehmen oder ja nimm den doch mal mit äh aber wir können wahrscheinlich nur drei können das auch bis zu drei leute eventuell das weiß ich jetzt gar nicht ähm kommt der nicht mit hallo hillbilly ne ich glaube aber dich sehe ich auch nicht mehr wenn ich nach rechts laufe ja du musst wechseln guck mal da unten links ist doch eine anzeige mit dem kreuz kann man dann wechseln auf die einzelne ja aber ich dachte der kommt weil er jetzt der dritte ist dass der jetzt mitkommt oder so nö aber warum sind hier denn so blühwürmchen musst du das machen ja muss ich ich dachte jetzt ich knall jetzt hier runter und sterb irgendwie dabei oder so warte mal hier kann man doch hin achso hier ist ein Sackgasse ok hier kann man auch hin boah hättest du den nicht jemanden an dann konntest du nicht den hillbilly oder so in diesem Moment komm mal weg also wie machst du das warte mal achso aha guck mal ich helfe dir ich schieb ich schieb dich an bist du ein Schauelitmönch ja aber einer der nicht gequetscht werden möchte warte mal lass mich mal ah ich komm hier nicht hoch ich backe oh hier ist ein Verbotsschild was ist denn das für ein Haken hier da kannst du irgendwas dran machen hast du vielleicht einen der achso wahrscheinlich ein anderer vielleicht der hillbilly oh 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 okay warte mal warte mal ich höre mal den hillbilly das würde ich gerade machen ich wollte dir gerade meinen meinen tollen Plan erzählen ja dann geh du guck mal das ist meiner das ist meine meine guck mal da oben da ist nämlich ein ähm ja halt doch mal die Klappe ich wollte dem ich wollte dem Blödmann jetzt grad was erklären gestern so darf ich jetzt mal danke also woher das eigentlich sein soll hier von ihm äh hier oben habe ich mich gesehen es dürfen keine drei Menschen drauf sein und er erzählt hier was von wegen die Brücke geht kaputt und dann wollte ich hier rüberschwenken und wollte sagen ich hole mal den hillbilly vielleicht kann der das Ding kaputt machen und du was machst du du drückst einfach da drauf und sollst nicht hol mal den hillbilly ich habe deine Gedanken gelesen und hab den hillbilly geholt du sollst nicht meine Gedanken lesen so warte mal ich will aber nicht hillbilly sein ich will der wieder sein jetzt darfst du den holen ja toll ich darf jetzt die scheißarbeit machen guck mal der guckt schon so doof da oben ach Schatz das musst du doch nicht sein ja warte mal links stand was mit Angestellten nein okay ich glaube da kommen wir erstmal nicht weiter es sei denn nicht mehr okay ich kann es nicht kaputt machen aber warte mal der hillbilly konnte doch jetzt hast du gesagt der konnte vielleicht unter Wasser ne wie ging das äh du spielst du noch äh ja das hast du mir eben gesagt mit Ypsilon er kann anscheinend unter Wasser trinken wollte ich gerade sagen äh unter Wasser die Luft anhalten aber das bringt uns glaube ich jetzt hier nicht so wirklich was nicht so wirklich ja ich hör was Postkarte oh guck mal ich hab dir ne Postkarte geschenkt was ist denn mit dem hier los wie kann ich ihn dir aufnehmen oh ich hoffe ich hoffe du bist hier hier zu besuchen die cave weil wir 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 nein nein so wie wir haben wir wir haben wie Warum nur, du grausame Welt? Wir wollten ein Gift haben. Ein Souvenir. Ja, das ist so ein Gift. Was fast das gleiche ist. Ja, das nennt man gut. Ob der wohl ein bisschen groß ist? Nimm mal die Postkarte mit. Äh, ne, ich will das Brechersen behalten. Warte mal, der andere, der Hillbilly kann auch die Postkarte mitnehmen. Ähm, aber was ich eigentlich fragen wollte, ähm, kann der denn nochmal eine Postkarte rausmachen? Ne, der ist, der liefst eben, wie kann das sein? Ja, ja, das ist ein Hillbilly. Aber, warte mal, hier hinten war doch eben, nee, komm mal mit. Ja, ja. Da war doch gerade, äh, so ein, so ein Ding. Ja, ja, da ist der Schlüssel. Äh, ich kann ja drüberstehen. Ach, du kannst, sind wir, du Arsch! Du glaubst dir immer deswegen die Leute, weil du genau weißt, dass die irgendwas Tolles können, weil die so aussehen. Ja. Aber der kann bestimmt auch was ganz Tolles hier. Die sieht auch cool aus. Nein, du sollst loslassen. Hallo? Hallo? Ich meine, es sieht schon ganz lustig aus, wie ich das so kenne. Es sieht auch aus, als wenn er mit den Zähnen am Seil hängst. Aber, wieso kann ich, ach doch, jetzt nimmt er es an, nee, man hat das nicht angenommen. Hat der mich jetzt gerade erschreckt? Wieso kommt der jetzt mit, der Dussel? Ich denke, der kommt nicht mit. Was ist denn hier? Kann ich das kaputt machen? Nee, anscheinend nicht. Okay, der ist schon kaputt. Achso, alter kaputter Boden. Nein, du sollst springen. Ähm, okay, ich glaube, das bringen wir uns nicht als... Wobei, dahinter, das sieht auch nicht sehr einladend aus, um da überhaupt drüber zu gehen. Ja, aber... Da ist schon wieder dieser Haken. Achso, warte mal. Also entweder müssen wir was holen dafür, oder das ist vielleicht... Uh! Aua! Was war das denn? Es gibt keine sterben in der Kabe. At least nicht so schnell. Es gibt so viel left, um sie zu lernen. Aber du bist doch gerade gestorben. Ja, aber wie verkehrt... Achso. Hast du gelesen, Schatz, aus versicherungstechnischen Gründen davon? Ja, ja. Okay. Lass uns erst mal hier gucken, vielleicht finden wir da irgendwas. Vielleicht müssen wir da so einen Haken so Indiana Jones mäßig für benutzen. Äh, ja, dass man mit dem leeren Sicherungskasten... Hauen wir mal das Ding weg. Äh, nicht agieren können. Okay. Hm. Was hast denn da noch? Geh mal links gucken, ist da irgendwas? Kann ich nicht. Ja doch, drück' nur mal auf deinen. Ja, wenn ich auch... Ne, oder ist das oben... Ach, warte mal. Vielleicht bleib du mal da, ich geh mal hoch. Vielleicht muss ich jetzt den anderen... Weil das hing doch fest da oben. Boah, das geht mir so oft hier her. Ja, da musst du dann aber zum dritten wechseln. Oder ich mein, ich kann auch zum dritten wechseln. Warte mal. Ich komme, ich eile mit der Postkarte, um euch zu helfen, Mädels. Ach nee, ich bin ja ein Mann. Spring mal da rüber. Und da war noch ein Hebel. Mann, mach. Der hat ja... Guck dir mal seine Plattfüße an, die der hat. So, jetzt ist egal. Ach so, jetzt ist das... Okay. Oh, sorry. Da gewöhne ich mich, glaube ich, nicht dran, dass dann umgeschaltet wird und man nichts mehr sieht hier. Das ist eine Glocke. Oh. Oh. Oha. Geh du mal da hin. Geh du mal da rüber. Äh, warte mal. Der, der kommt... Nein, spring doch nicht da rüber. Oh. Okay, also er kommt wohl nicht über die Dinger drüber, so wie es aussieht. Wo bist du denn jetzt, gell? Hallo? Ja, ich stehe hier rum. Ich hab mal gewartet, es ist nicht hier rum. Was ist das denn? Oh. Ich hab drauf gedrückt. Sieh da, die Zukunft. Die Zukunft. Soll das jetzt die Zukunft sein? Wahrscheinlich. Ach so, das sind andere, oder wie? Ja, ja, die anderen kommen noch. Ah, okay. Also die leuchtenden Dinger können wir dann anscheinend einsammeln. Guck mal, jetzt noch einen Boden. Oh. Was hast du wieder gemacht, Schatz? Ich hab nix gemacht. Hab ich was gemacht? Nee. Ich nehm mir mal mit. Äh, du hattest ja nix, ne? Was ist das denn hier sicher? Oh, da ist ne Sicherung. Ah! Äh, äh, äh. Ach, das ist da irgendwo von... Warte mal. Kann das sein, dass wir die Sicherung haben? Wasser rauf. Okay, das erklärt, warum ich da einen Schock kriege. Was ist das hier? Äh, okay, das hat anscheinend mit dem Monster zu tun. Ja, aber irgendwie brauchen wir die... Ach, wir brauchen die Sicherung an dem einen Platz vorne. War doch ne Sicherung, die fehlte. Aber man kann sie nicht nehmen. Weißt du was? Ja, pass auf, dann mach erst mal das mit dem Brunnen. Ich mach mal das mit dem Brunnen. Schalte mal auf dich? Äh, nee. Ich bleib mal hier... Doch, ich bleib mal hier stehen. Wieso willst du... Das wäre witzig, wenn wir jetzt beide da mitlaufen. Du bist nur faul. Du bist laufvoll. Ja, das auch. Hi, Hillbilly. Hi, Schnecke. Da rechts, ne? Oh, ich hab's kaputt gemacht. Alles machst du hier kaputt. Da willst du mal in Ruhe ein Glas Wasser trinken. Und alles machst du hier kaputt. Ach, das ist wieder so ne... Das sieht aus wie ein Dödel. Ein einziger Schritt. Wie, wie ein Dödel? Das bin ich hier. Das ist der Buddha. Ich werd hier gerade angelernt von dem. Das ist der weise, äh, äh, Miyagi. Bist du der Kleine da? Du bist der Kleine. Weißt du, wie der aussieht, der Kleine? Der sieht aus wie aus dieser einen Serie. Wie hieß die noch? Äh, Charlie Brown, genau. Der, der... Oh Gott, du bist so ein Banause, ehrlich. Was denn? Meiiine Fresse. Hi, Billy. Hi, Puppe. Puppe. Äh, ich muss hoch, ne? Was hast du? Du hast einen Eimer mitgenommen, oder was? Ja, ich denke mal... Sollst du der Eimer jetzt... Ja, da oben war doch Wasser. Ich glaube, wir brauchen das Wasser irgendwie da oben. Oder irgendwie... Willst du das Wasser jetzt da rausschütten, oder? Hier, dachte ich. Ja, guck mal, jetzt kommt da was raus. Ja, aber warte, ich hab noch immer die Brechstange in der Hand. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte mit der Brechstange schlagen. Warte. Aber ich kann den Eimer nicht mehr nehmen, nur die Sicherung kann ich wohl jetzt nehmen, oder? Oh ja. Nimm die mal. Ja, dann geh du nochmal rüber. Ich werde hier oben in der Weile... Du bist sowas von faul. Ich stand doch schon... Ich werde in der Weile meditieren. Das wollte ich eigentlich gesagt haben. Ja, ja. Oh. Vor allen Dingen in der Weile werde ich meditieren. Boah, das geht... Ey. Echt, das geht mir schon so dran, das alleine zu hören, ne? Yeah, es gibt Hot Dogs. Und Grog. Das ist doch bestimmt so eine Anspielung hier auf... auf... Monkey Island. Ein Grog-Automat? Kann ich das trinken? Ich will das... Ja, ich könnte trinken. Oh, äh... Ja, war dann auch was da... Ich hab gewöhnt, ganz ehrlich, ne? Äh, ich will doch... Er holt sich noch einen. Nein. Äh, jetzt hat es die Sicherung geholt. Aber ich war gut, der Wotterfeier ist schon draußen. Kann ich ihn denn nehmen? Ich werfe die erst mal da hin. No. Das war schlecht, weil da hinten ist der, äh... Was denn? Ich wollte doch nur... Mach das Würstchen dann aber mal nach oben. Ja, weil die Sicherung... Brauchen wir die... Brauchen wir die... Äh, warte, warte... Die Sicherung müssen wir aber wieder haben, um das Ding... Diesen Greifer zu machen, oder? Ja, ist doch... Nee, die Sicherung brauchen wir nicht mehr, oder? Ja, aber dann funktioniert doch der Hebel nicht, wo ich eben stand. Warte mal. Brauchen wir... Ja, so oder so musst du zweimal laufen. Naja, du hättest ja mitgehen können, dann hättest du das auch... Das ist uneffizient, echt. Ja, weil ich kann auch den Hebelin nehmen, wenn du schon so meckerst, dann kann ich, äh... Ich weiß auch gar nicht, ob die Postkarte... Aber der hat eine Postkarte. Ich lass sie mal hier liegen. So, dann nehmen wir jetzt die Sicherung. Achso, ist die falsche. Dann nehmen wir mal die Sicherung hier raus, so. Der mit seinen Froschfüßen, ey. Hast du die Postkarte wenigstens gelesen? Der platscht so richtig mit seinem Platz. Da waren sehr viele interessante Sachen drin. Auch Fotos? Äh, sechs Fotos, ja. Äh, ja, was machst du denn, willst du dir jetzt... Ob das funktioniert sogar? Der Standgrube. Und jetzt? Warte mal, jetzt hole ich die Glocke. Achso, stimmt, das reicht. Ja, aber musst du nicht nach oben, nicht? Nein, der frisst das doch jetzt, oder? Ja, aber der geht gleich wieder weg. Warte, nein, wer bin ich? Scheiße, doch, ich muss nach oben. Drück den Hebel, drück den Hebel. Ja, ich hab keine Sicherung drin. Ah, es ist zu spät. Es ist zu spät, es ist weg. Wir müssen erst wieder ein neues holen. Ja, aber woher wusstest du jetzt, dass das Würstchen da reinkommen? Da stand doch da. Nee, hier steckt gar nichts. Ja, super. So, jetzt schalt mal wieder auf dich und hol noch ein Würstchen. Der hat das Würstchen gefressen. Du hast, du kennst den Weg jetzt. Ja, aber ich brauche die... Ja, aber ich brauche die... Ja, ich brauche die Sicherung wieder. Achso, scheiße. Komm mal mit, sonst... Ach, nee. Ach, das ist doch Mist, ehrlich. Aber diesmal machen wir das anders. Du machst erst die Sicherung oben rein und dann tue ich das Würstchen auf den Ding spießen. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Nein, das hast du gedacht. Hallo, Postkarte. Vielleicht will der auch lieber den Brocker. Vielleicht brauche ich noch ein Würstchen. Ich wollte gerade sagen, wir hättest natürlich auch zwei holen, aber vielleicht... Nein, ich kann auch keine zwei mitnehmen. Ja, ich kann auch keine zwei mitnehmen. Ja, darum geht es ja nicht, sondern dass du holen kannst. So. Ich wusste ja nicht, was du vorhast. Ich habe nur gesagt, da muss ich doch den Greifer machen, aber ich habe nicht drüber nachgedacht, dass ich dann hier... Also geh schon mal mit dem, wenn wir mit dem... Warte mal, dann kann ich nichts machen. Drück du noch mal jetzt auf dich? Ja, ja. Ich will nur sagen, ich wechsle dann hoch auf den Hill, Billy, damit du dich siehst wieder, wenn ich das da drauf geworfen habe. Ja, das reicht ja, wenn ich das mache, oder? Oder die Glocke? Glocke? Jetzt? Geil. Wir haben nur am Schwanz gekriegt. Na, mein Kleiner? Kannst du dir die Sicherung... Gib dem Hill, Billy, die mal. Vielleicht brauchen wir die noch. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass das dann alles hier aufbricht und der jetzt wieder nach unten kommt, oder so. Ja, geil. Kommst du? Ja, ich weiß nicht, warum der immer da hinten anhält. Was hat das für eine Bewandtnis, die du da machst? Ich habe keine Ahnung, aber es sieht cool aus. Ey! Ein Hill, Billy, wächst heran. Eigentlich hätten wir jetzt mit dem... Oh, da ist er auch schon. Müssen wir da jetzt alle runterspringen? Ich gucke mal, was da unten ist. Das Wasser! Kann man hier irgendwas mit dem Flugzeug machen? Ach stimmt, du kannst ja da drüber schwimmen. Müssen wir jetzt weiterhelfen gehen. Ja, warte mal. Müssen wir jetzt weiterhelfen gehen. Hallo, Jungs! Guck mal, ob da unten was ist, ne? Ist nichts, ne? Kann auf jeden Fall nichts machen, ne? Hm. Okay. Ach, guck mal, da unten ist was. Also, hier unter uns ist eine Treppe. Irgendwie, guck mal, das Zeichen, das sieht irgendwie explosiv aus. Hier, das, was da auf dem Schild ist. Hätte ich jetzt nicht gesagt, aber... Aber ich denke mir mal, dass wir das hier... Vielleicht kann man das hauen nehmen, man muss das vielleicht wegspringen. Das sag ich doch, es ist explosiv. Ja, aber es sieht nicht explosiv aus. Ja, guck mal, hier sind überall Warnschilder. Kennst du die Warnschilder? Hier ist Dynamit. Ähm, nimmst du das mal mit, weil ich hab noch die Brechstange. Ich weiß nicht, wahrscheinlich brauchen wir die nur das eine Mal oder so. Ähm, aber wie zündest du die... Achso, doch, da oben war Feuer, ne? Aber ich muss wieder den Cut gefährliche Arbeiten machen, ne? Ist doch nicht gefährlich, du musst das Ding rüberbringen. Ja, du guck doch mal! Nein, äh... Ja, du musst schon loslassen. Ja, danke. Ja, äh... Ich konnte mich nicht mehr sehen. Ja, da musst du auf dich schalten. Ich bin ja nicht dafür zuständig, dass du deine Sicht beibehältst. Was war das? Boah, das war der Hillbilly. Hat der mich jetzt erschreckt? Warte mal, hier oben ist was. Toll, ich stehe hier schräg dran. Ja, hier ist irgendwas, was man mitnehmen kann. Handlicher Sarkophag? Ja, das habe ich jetzt mitgenommen. Hier ist einer gestorben anscheinend, oder? Ernsthaft, du kannst einen Sarkophag mitnehmen? Ja, ich glaube, das ist eins der Souvenire, kann das sein? Nee, doch kein Sarkophag, das wäre bescheuert. Okay, aber das ist so vielleicht, das Spiel ist ja ein bisschen bescheuert. Äh? Kontrollfilm? Okay, ist hier unten noch was? Warte mal, bevor wir da hochgehen. Aufzugsknopf? Okay, vielleicht doch erstmal da. Ja, hier geht's. Oh, da ist auch Excalibur. Scheiße, wenn ich jetzt die Brechstange noch brauche, ne? Dann hast du gelitten, sozusagen. Aber hier ist der Ritter. Sollen wir jetzt erstmal hier oben gucken? Lass uns mal hochfahren. Äh, oh, da kommt erst. Ja, deswegen stehe ich auch hier. Geh weg mit dem Schwert. Äh, ich glaube, den müssen wir vorher betätigen, kann das sein? Kann sein, ja. Der hat auch einen Delay. Ach, hier sind wir. Hier sind wir, okay. Ich gehe mal zu dem. Guck, dass das ohne Sicherung funktioniert. Ja, und wo müssen wir jetzt hin? Ja, geh mal, komm mal mit. Nee, da was hat Gassen, meine ich, oder? Nee, hier hoch, ne? Bleibst denn du? Mach du mal um, ja, ja. Komm, komm, komm. Ja, aber dann gehst du doch wieder zurück. Ja, wie läuft denn die? Ja, guck mich mal an. Also nicht laufen, aber klettern. Das meine ich ja. Ja, aber da gehst du doch wieder zurück. Da müssen wir gar nichts mehr machen jetzt hier. Ja, doch, wir müssen das dem bringen. Das sind doch keine Souvenire, oder? Hallo, warum komme ich nicht wieder zurück? Äh, äh, was ist das? Das war gerade komisch. Oh, okay. Trinket, a far cry from three Trinkets. Ah, Trinket numero two. Also, also eins müssen wir noch finden. Kann der irgendwie, wie der Joker hier von, von Batman, äh, jemanden beeinflussen oder so? Weil der fasst sich so an den Kopf. So, so, Telepathie oder so, weißt du, was ich meine? Also, ich würde eher... Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber so. Siehst du das? Ich denke mal, das sieht aus, als wenn er Drogen genommen hat. Also, so würde ich eher sagen. Das kann natürlich auch sein. Aber jetzt fehlt uns trotzdem noch ein Souvenire. Ja, deshalb gehen wir auch suchen noch. Nee, echt? Wir fallen jetzt immer mit dem Fahrstuhl runter. Nein. Können wir mit dem überhaupt... Doch, da war, glaube ich, was Grün dran, ne? Oh, das war ein bisschen hoch. Warte mal. Nein. Hallo. Schaut mal um. Hä, wieso konnte ich von da oben nicht runterkommen, ey? Das muss gehen. Hier ist ein Knopf, okay. Drück mal den Knopf. Nein, sie hat den Knopf. Du hättest doch den Groch trinken können. Was ist das denn für ein Bank? Das war geil. Ey, ich hab den gar nicht gedrückt. Wieso ist das passiert? Keine Ahnung, weil das gut ist. Das war ja krass. So, warte. Warte mal, halt. Ich springe aber drüber, also. Hihi. Okay. Ah! Nein, 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 nein. Oh. Warte mal, sind wir jetzt von links gekommen oder von unten? Nee. Warte mal, hier sind wir gekommen. Da oben haben wir was geholt. Warte mal, unten waren wir noch nicht. Hier sind wir gekommen, ehrlich. Mitten auf dem Schelzen. Mitten, ja. Mönche dürfen... Du weißt, dass Mönche... Ach, hier... Ah, warte mal. Du weißt, dass Mönche nicht dürfen, ne? Die können aber. Bestimmt. Die haben ja auch Training, ne? Die machen ja Training. Die binden sich ja unten was dran, ne? Damit das richtig hart wird, ne? Du meinst, damit es lang wird. Ja, auch. Warte, ich will auch da runter... Nein, ich habe aber die Sicherung. Kannst du die Sicherung vielleicht mitnehmen? Ja, ja, kann ich mitnehmen. Dann nimmt der miefige Zipir, der nimmt dann die Rattensicherung mit. Äh, die Rattensicherung. Ja, der ist ja jetzt gewaschen worden durch das Schwimmen. Das Rattengift mit, so. Warte mal, von rechts, oder? Ach, ach so, das war das ja. Ich wollte gerade sagen, das kann er jetzt eigentlich. Warte mal, müssen wir den Mönch nicht mitnehmen, oder kommt der so nach? Ne, lassen wir da, wer will schon einen Mönch haben. Ich? Außer der braucht Bier. Ich mach die Sicherung einfach hier rein. Ach, scheiße. Das wollte ich nicht. Und hol mir noch einen Hotdog. Hol du dir mal einen Hotdog, ich geh so lange schon mal weiter. Ja, super. Boah, das ist so ätzend. Ey, bei jedem Spiel hast du es vernünftig, dass dann der Bildschirm sich irgendwie teilt, oder so, oder größer wird von mir aus. Nein. Wieso hast du mich jetzt weggetreten? Ich doch nicht. Du hast mir einen Arsch gepackt. Deshalb hab ich mich gewehrt. Ich bin ein Hillbilly. Ich hab mit Weibern nichts am Hut hier. Mhm. Schwimmt der eigentlich auch schneller? Da kam mir das jetzt nur so vor. Ha! Der dritte gläubige Trinket! Ich muss sagen, du hast mich überrascht. Ich hab gedacht, du wärst nach einem. Einem Souvenir, oder was? Äh, hallo? Oh, richtig. Sorry. Ja, geht doch, alter Mann. Geht doch. Warte mal, Höhlentour. Höhlentour. Warte mal, Höhlentour. Ich würde jetzt mal einfach... Und ich sage dir jetzt voraus, dass wir hier eine kleine Pause machen und den Rest in der nächsten Folge sehen werden. Bis dann. Bis dann. Bis dann.